Stell dir vor, du hast extrem viel Geld, du musst nicht arbeiten und du kannst überall hin, wo du möchtest. Du bist also unabhängig von Geld, Zeit und Ort. Für viele ist das die Definition von Freiheit. Doch stimmt das? Was bedeutet es eigentlich, richtig frei zu sein? Und wie wichtig ist Geld dabei? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billion. In diesem Video erläutere ich meine Vorstellung von Freiheit und ich erkläre dir, warum zu Freiheit noch viel mehr dazugehört, als die meisten denken. Let's go. Wenn es um das Thema Freiheit geht, denken die meisten direkt an Geld. Und das stimmt auch, denn wer viel Geld hat, der kann sich nicht nur alles kaufen, was er will, sondern er kann auch überall hinfliegen, wo er will, denn Flugpreise spielen nicht länger eine Rolle. Er kann von Luxushotel zu Luxushotel reisen und jeden Tag in den besten Restaurants essen und immer das bestellen, was er möchte. Und aus Prinzip gibt es zu jedem Essen eine Flasche Champagner dazu. Das hört sich doch nach richtiger Freiheit an. Doch nur Geld reicht alleine nicht aus. Denn wer den ganzen Tag arbeiten muss, der hat nicht die Zeit, um das zu tun, was er möchte. Gut, wenn man genug Geld hätte, könnte man einfach aufhören zu arbeiten. Das Problem ist, dass die meisten gerade in jungen Jahren viel erleben möchten. Und ein sehr hohes Vermögen, von dem man bis zum Rest des Lebens in Luxus leben kann, hat man meistens erst im Alter. Unzählige Menschen haben sich vorgenommen, wenn ich in Rente bin, dann reise ich um die Welt, dann erlebe ich was. Das Problem ist, wenn es soweit ist, haben die meisten nicht mehr die nötige Energie, um so viel zu erleben oder sie sind einfach so sehr in ihrer Komfortzone gefangen, dass sie komplett die Abenteuerlust verloren haben. Aber wie schafft man es jetzt in jungen Jahren viel zu erleben? Der schwierigste Weg ist vermutlich ein so großes Vermögen aufzubauen, dass man bis zum Rest des Lebens nicht mehr arbeiten muss. Doch je jünger man ist, desto größer muss das Vermögen sein und desto weniger Zeit hat man, dieses Vermögen zu erreichen. Der beste Weg ist also ein hohes Einkommen zu erzielen, für das man möglichst wenig arbeiten muss. Und für das man von überall aus arbeiten kann. Und das bringt mich auch zu Punkt Nummer 3, denn man muss auch unabhängig vom Ort sein. Es gibt mit Sicherheit Unternehmer, die haben sehr viel Geld und Zeit, aber sie müssen trotzdem immer vor Ort sein, falls in ihrem Unternehmen was Wichtiges passiert. Sie sind also nicht komplett frei und können nicht einfach beschließen, eine Weltreise zu machen. Es ist also wichtig, dass man seiner Arbeit von überall aus der Welt nachgehen kann und im besten Fall braucht man dazu nur ein Handy und eine Internetverbindung. Wer frei sein will, muss also unabhängig von Geld, Ort und Zeit sein. Alle drei Dinge spielen dabei eine wichtige Rolle und fällt nur eins weg, dann ist Freiheit nicht mehr zu 100% möglich. Es ist sehr schwer zu sagen, was davon am wichtigsten ist, denn das hängt auch sehr stark von der Lebensvorstellung des einzelnen Menschen ab. Für viele ist es beispielsweise wichtig, ein großes Haus und ein schnelles Auto zu besitzen. Ihnen ist aber nicht so wichtig, dass sie dauernd um die Welt reisen. Anderen ist es wiederum wichtig, dass sie viel von der Welt sehen. Luxus ist ihnen dabei zum Beispiel komplett unwichtig. Und wiederum anderen reicht es nur zwei Wochen pro Jahr Urlaub zu machen und dafür aber einen richtigen Luxusurlaub für sehr viel Geld. Den Rest des Jahres arbeiten zu müssen, nehmen sie gerne in Kauf. Wer aber immer zu reisen möchte und dabei im absoluten Luxus leben will, der muss Geld, Zeit und Ortsabhängigkeit haben. Doch reichen diese drei Dinge wirklich aus, um komplett frei zu sein? Kann man damit wirklich alles machen, was man will? Ich glaube nicht, denn man kann trotzdem nicht tun und lassen, was man will. Deshalb sind hier ein paar weitere Dinge, die extrem wichtig sind, um wirklich frei zu sein. Punkt Nummer 1. Status und Reichweite. Wenn ich mir mein Traumleben in Freiheit vorstelle, dann möchte ich mich mit Menschen treffen, zu denen ich aufschaue. Und ich möchte vielen Menschen helfen, indem ich weitergebe, was ich gelernt habe. Doch wenn mich keiner kennt oder mich keiner respektiert, dann wird sich niemand mit mir treffen wollen und niemand wird mir zuhören. Punkt Nummer 2. Gesundheit und Fitness. All das Geld auf dieser Welt bringt überhaupt nichts, wenn man krank ist und sein Leben nicht genießen kann. Um also wirklich frei zu sein, muss man den passenden Spagat zwischen Leben genießen und Gesundheitsbewusstsein finden. Glücklicherweise macht mir Sport sehr viel Spaß. Nur wenn es um das Thema Ernährung geht, muss ich mich doch ab und zu mal dazu zwingen, nicht schon wieder einen Burger zu essen. Mir ist außerdem wichtig, dass ich immer klar denken kann und mich gut fokussieren kann. Und dazu trägt Sport und Ernährung sehr viel bei. Punkt Nummer 3. Charisma und eine interessante Persönlichkeit. Wenn ich eine Frau sehe, die mir sehr gut gefällt, dann möchte ich problemlos in der Lage sein, die Frau anzusprechen und ich möchte auch direkt einen guten Eindruck machen. Klar ist es nie möglich, jede Frau zu bekommen, die man will. Aber wer langweilig ist und keine Ausstrahlung hat, der wird es deutlich schwerer haben. Und wenn ich nicht die Frauen kennenlernen kann, die mir gefallen, dann bin ich meiner Meinung nach nicht frei. Punkt Nummer 4. Und das ist vielleicht auch die wichtigste Eigenschaft, und zwar die Fähigkeit, seinen Verstand zu kontrollieren. Wer seinen Verstand nicht kontrollieren kann, der hat keine Kontrolle über sein Leben. Der schafft es nicht, Dinge zu tun, die er sich vorgenommen hat und er lässt sich von schlechten Emotionen beeinflussen. Richtig frei kann man also nur sein, wenn man seine negativen Emotionen kontrollieren kann. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit, die man vermutlich niemals zu 100% erlernen kann, aber man sollte es auf jeden Fall versuchen. Und zu guter Letzt Punkt Nummer 5. Freunde. Richtig frei ist man nur, wenn man seine Erlebnisse mit Menschen teilen kann. Denn Freiheit bedeutet, das Leben so leben zu können, wie man will. Und wenn ich mir mein Traumleben vorstelle, dann sind so gut wie in jedem Szenario Freunde dabei. Zum Ende will ich noch erwähnen, dass es vermutlich unendlich viele Dinge gibt, die dabei helfen, Freiheit zu erlangen. Wichtig ist, dass sich jeder die Frage stellt, was er in seinem Leben erreichen möchte. Denn so findet man am besten heraus, welche Punkte für einen selbst am wichtigsten sind. Schreibt mal in die Kommentare, was für euch richtige Freiheit bedeutet und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr meine Reise zum Milliardär begleiten wollt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.